Was geht, Freunde? Grüßt euch und willkommen zum ersten Video auf diesem Kanal. Ja, ihr seht schon, neuer Kanal, neues Glück an die Supporter, die jetzt rübergekommen sind oder wieder da sind aus den Streams und so. Willkommen. Ja, alter Account, losgelassen, Passwort vergessen, man kennt ihn. Aber ja, dafür jetzt neue Account, ein Abo dalassen hier. Ganz wichtig für die, die vielleicht neu einschalten, auf Twitch vorbeikommen, Insta auch mal ein Follow dalassen, ja. So, lange Rede, gar keinen Sinn. FIFA, Good Level Up Promo. Ich zeige euch, wen wir so ziehen können und wir gehen direkt rein. So, Freunde, die können wir hier alle ziehen. Ein KDB, 98er, Werner, 93er, Cavani, Davis, den muss ich ziehen. Für die Bayern to Glory, da öffnen wir übrigens als erstes gleich mal die Packs. Und ja, ihr seht schon, man kann die auch upgraden, ne. Sieht wild aus. Bin gespannt, wie, wo, was das wird. In den 10 Objectives könnt ihr euch das angucken, wie man die upgradet. Ich habe gesehen, bei manchen muss man voll viel griden. Na, bin mal gespannt. Ich hoffe, wir haben Packlack. Wir ziehen den ein oder anderen. Ihr könnt ruhig mal in die Kommentare schreiben, wen ihr gezogen habt. So, Freunde, jetzt haben wir nur noch Bretter. Ich habe die Müllpacks weggezogen, war nix dabei. Großartig. 2x84 Plus in meinem Walkout. Fangen wir gelieken an. Oh, Karim the Dream und Grealish. Ja, nice. 3 Spielerpack, 84 Plus. Und falls du neu bist auf dem Kanal, ich packe dir mal den Link von meinem alten Kanal so in die Videobeschreibung. Dann könnt ihr mal abchecken. So, die Best-ofs kann ich euch empfehlen. Das Best-of von 2022. Ansonsten Stadionblock. Ja, das Pack kann ich euch nicht empfehlen. 5x84 Plus Pack. Gönnt jetzt mal langsam ein Level ab hier. Oder doch ein Gönner-G. 5x85 Plus. Walkout. Skipp ich. 7x84 Plus Pack. Gönn ihr E-Sports. Walkout. Wir skippen. Dahinter. Bitte Level ab. Oh mein Gott. Ich mach das Tots Pack. Oh mein Gott. Level abgezogen, Freunde. Spaß. Ist Rahim Sterling. Schnell abgeschlossen den Mann. Ah, da hab ich euch. So, jetzt haben wir das 10x85 Plus noch. Und das Tots Pack. Das Tots Pack mach ich jetzt schnell weg. Weil mit den Duplikaten. Tots Moments. Tots Moments. Ben's aber eh nie. Ich kann den Mann nicht mehr sehen. Und jetzt aber. Jetzt 10x85 Plus EA Sports Vancouver Kanada. Walkout war klar. Und. Die sind nicht in den Packs. Passt auf da draußen. Ehrlich. Die sind nicht in den Packs. Wir wechseln zum Main Account. Okay, Freunde. Wir sind auf dem Main Account. Und da sind auch nochmal Bretter Packs. Ich hab 21 Stück. Darunter auch das 25x85 Plus. Es muss Schallerni E-Sports sonst. Und damit. Ist er da, Freunde. Petre. Der alle anderen Hops nehmen wird. Tschech. Weekend League. Wird Spielspaß. Sage ich. Das Team zeige ich euch gleich noch. Nach den Packs. Zwei Packs noch, Freunde. Die anderen beiden heftigen Packs schneide ich euch hier nach rein. 5x85 Plus. Oh, Packscho. Nice. Da freue ich mich sogar jetzt ein bisschen. Ja. Wieder ein bisschen gezogen. Nice. Machen wir das Tots Pack noch fertig. Tradeable. Tots Mormons. Bin sie bei Ihnen. Oh, Rente. Genauso schlimm. Auch schon oft genug gezogen. Und das letzte Pack. Vor ich euch natürlich die beiden heftigen reinschneide. 7x85 Plus. Wird's ein Genuss. Ah. Sonny Cross. War me the best. Ja, Petre. Tschetsch kann ich dann heute endlich abschließen. Den Chefschöfter. Weekend League wird spaßig. 25x85 Plus geöffnet. Nein, 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 nein. 10x85 Plus dahinter. Corona, Morona. Immerhin, Freunde. Ein Level abgezogen, ey. Was war das für ein Pack gerade? Hilfe. So, Freunde. Das ist das Team, womit ich reingehen werde. Petre Tschetsch ist jetzt drin. Kamar Vinga haben wir erspielt. Panda saß wieder drin, weil, ähm. Ja, der Stegen kommt nicht auf Full Camp. Wenn hier Tschetsch drin ist, anstelle von, ähm. Rüdiger. Und ja, die Level-Ups habe ich losgelassen. Also, da wollen die viel zu viele Sachen haben und so. Da sehe ich mich nicht in der WL. Zeitlich gar nicht machbar. Aber wenn ihr grinden könnt, ne, dann. Macht das auf jeden Fall. Versucht da die Level-Ups mitzunehmen. Und ansonsten, ja. Würde ich sagen, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, Freunde. Kommt gerne in den Streams vorbei. Auf Twitch. Und ja. Euch erwartet da FIFA-Content allgemein. Und auch sehr viel Velo. FIFA und Velo bin ich gerade in der Sucht drin. In dem Sinne, haut rein. Und ciao. Outro 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 Outro